Kommen Sie mit uns auf die Anuga 2015 in Köln und besuchen den Messestand von Mooshead Bier aus Kanada. Wir treffen den kanadischen Geschäftsführer Bruce Robinson und den deutschen Importeur Klaus Kunze. Wir möchten wissen, was das kanadische Bier auszeichnet und erkundigen uns nach dem Lieblingsbier von Bruce Robinson. Wir sind hier heute mit dem Mooshead Lager. Es ist unsere Flagship-Brand, die in 15 verschiedenen Ländern in der Welt verwendet wurde und in Kanada und in den USA. Mooshead ist ein Privat-Familien-Business. Wir haben in der Bühne-Business für sechs Generationen und haben ein fantastisch, high-qualität Produkt, das von Kunden genutzt wurde in vielen Ländern in der Welt. Mooshead, wie ich schon sagte, ist eine kleine, private-Familie-Business-Familie-Business-Familie in Kanada, in Atlanta, Kanada. Wir haben die besten in den Bühne-Business-Businessen, die wir benutzen, um unseren Produkt zu machen, und unser fine-Canadien-Water. Das ist eine große Vorteile. Wir glauben, dass wir ein Qualität-Business-Business-Business-Businessen haben. Meine Lieblingsbeirten, wir haben so viele verschiedene Branden in unserer Firma, aber meine Lieblingsbeirten haben wir den Mooshead Krack-Kanoo. As a matter of fact, I have one right here, and it's a fantastic brand. Thank you for asking. Thank you. Herr Kunze, Sie importieren bereits seit 1997 Mooshead-Bier nach Deutschland. Was schätzen Ihre Kunden besonders am kanadischen Bier? Meine Kunden schätzen die Qualität des Mooshead-Bier, die Brauerei, die seit sechs Generationen im Familienbetrieb ist. Es werden alle Variationen vom Bier angeboten, mit höchster Qualität, mit höchstem Standard. Und der hohe Wiedererkennungswert, das ist wirklich, was die Kunden wollen. Vielen Dank.